Hey Niklas, wo fahren wir jetzt hin? Nach Grimau? Wo waren wir gerade? Im Swimming Pool. Im Swimming Pool. War ganz heiß, oder? Ja. Genau. Wir sind jetzt gerade, ich würde jetzt vermuten am Anfang vom Plebispass. Was ist das für ein Lieb? Schön, Mann. Hier ist nach Verkalt, aber okay? Wir sehen, was weiter geht. Du kommst sicher auch mal dran. Hey Vicky. Oh, zu müde? Noch mal bye-bye. Noch mal bye-bye.